So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO und es ist mitten in der Nacht und ich wollte gerade die Kommentare durchschauen. Da habe ich einen Kommentar gesehen von Mario Heizenröter, Grüße gehen raus. Der hatte unter die Max Out Monday Folge geschrieben, wo ich mein 100% Vivillon gemaxt habe. Ich hatte Glück nämlich beim Abpinnen, dass ein 100% Pummel dabei war. Jetzt habe ich also einst mal gemaxt, so Vivillon entwickelt, 100% und auf Level 50 gepusht. Und er hat geschrieben, hallo, mach doch mal ein Video, wo du zeigst, aus welcher Stadt du deinen Vivi-Schmedderlinge her hast. Wäre interessant, da die Karte nicht so leicht zu lesen ist. So, dann habe ich mir gedacht, ich bin ja immer so, dass ich so auf Wünsche und so Zeugs eingehe und wenn er sagt, das will er mal machen und gucken. Deswegen, ich habe das bisher noch nie gemacht und habe mir darüber auch gar keine Gedanken gemacht, dass das vielleicht trotzdem auch eine coole Idee ist, weil ich selber auch gar nicht weiß. Ihr kennt vielleicht die Muster, wie die aussehen, ihr kennt die Region, wie die heißt, aber welche Länder dazugehören, weiß man meistens nicht unrätselt rum. Dann braucht man diverse Maps oder Katten oder Foren oder sonst was, die euch das verraten. Ich habe aber alle 18 Muster entwickelt und dann kann ich ja auch mal zeigen, aus welchem Land die Karte war, die ich an- und abgepinnt habe, damit man das besser zuordnen kann, für die, die gar keinen Plan haben und das gar nicht zuordnen können. Das war das erste Vivillon, was ich entwickelt habe. Ich habe gleich am Anfang einfach ein Purmel gegen Purmel Lucky Trade gemacht, hatte einen Lucky Purmel, habe das komplett durchentwickelt, dass ich den Lucky Decks wieder vollständig habe. Mit dem bin ich dann auch gelaufen. Bonbons erlaufen, alles andere erlaufen, Best Buddy Badge hat er auch dran, ist auch ein männliches. Und dann seht ihr jetzt auch hier ein weibliches. Und das ist das, was wir auf Level 50 gepusht haben, wie ich sehe. Steht da schon wieder nichts dran, ich weiß nicht warum. Auf meinem anderen Handy geht alles und hier gibt es irgendwie keine Tags. Ich glaube, das Handy hat das neue Update gemacht und seitdem gibt es keine Tags mehr. Da steht jetzt nicht 100% dran, da steht nicht Level 50 dran, obwohl das ja so ist. Also 100% Vivillon Level 50 haben wir gemacht bei Max Out Monday und jetzt geht es ja darum, diese einzelnen Regionen, so muss das aussehen, wenn ihr alles habt. Ihr habt dann alles eingetragen bis auf zwei, die gibt es noch nicht in Pokémon Go und das ist sehr gut gemacht, dass das so sortiert ist. Wenn ihr hier unten auch mal schaut, habt ihr auch diese einzelnen Muster, ihr seht, das vierte ist frei, das gibt es noch nicht, das ist grau, alles andere ist ausgefüllt. Hier ist eigentlich eine Karte, wo man drauf drückt, wo man dann sehen kann, da gibt es Schneefell, da gibt es Frost, da gibt es Dürre, hier ist Ozean, Ozean, Dschungel, Aquamarine, Schneefell, Dings. Manche finden das aber trotzdem zu ungenau, dass man das gar nicht so erkennt, wo was ganz einzeln ist, wie Ziergarten, das geht ja vielleicht noch, aber wo halt mehr auf einem Haufen ist, gerade hier drin, kann das doch ein bisschen verwirrend sein, welches jetzt genau was ist. Also kann ich ja mal die Länder vorstellen, wie die bei mir sind und ich habe es auch immer so gemacht, ich habe mir die dann alle sortiert, durchnummeriert nach Pokédex Nummer und dann werden die einzelnen Gebiete auch getrennt angezeigt im Pokédex. Also wenn ich jetzt hier auf Nummerierung gegangen bin, dann sind die genau in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, die, wie sie bei euren Medaillen stehen. Wenn ihr jetzt also 50 verschiedene Purmel habt, aber nur 18 verschiedene Länder habt, dann seht ihr ja vielleicht, das erste Purmel hat 200, dann 199, dann 190, dann 188 und das Purmel danach müsste ja weniger WP haben, aber hat plötzlich 206. So seht ihr, das ist die erste Region, das beste, was ihr aus der Region habt und dann nimmt es ab und dann, wenn die zweite Region kommt, habt ihr einen Purmel, was wieder viel mehr WP hat, als das davor, weil das dann eine neue Region ist. Dann sieht man das bei dem Purmel ja auch, dass der Entwicklungsbutton anders aussieht, als unten die Vorschau. Die sind also so in dieser Reihenfolge drin und ich möchte jetzt mal die Reihenfolge durchgehen und mit euch schauen, wo die wie gesagt her sind. Das ist die Archipelregion. Das kommt aus Santo Domingo Distrito Nacional Dominikanische Republik. Gefangen sind die theoretisch alle in Hildburghausen, Thüringen hier. Wenn ich abends da sitze und Geschenke mache, pinne ich erst alles ab und wieder hin. Und dann wissen wir also in der Dominikanischen Republik, das zählt auf jeden Fall zur Archipelregion. Dann haben wir das ganz Normale. Das ganz Normale ist halt bei uns eigentlich in Deutschland. Ich weiß, Deutschland aber glaube ich, kann auch sein, dass es in mehrere aufgegliedert ist. Hier, wir haben Langenfeld, Rheinland, Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen fällt auf jeden Fall in unsere Region rein. Hier haben wir Freitals, Sachsen, Deutschland. Das ist auch unsere Region. Und Hildburghausen ist auch unsere Region. Das ist ja sehr genial. Drittes Muster, Prunk. Also das war ja kontinental. Also Archibel haben wir kontinental. Das ist eigentlich bei uns Prunk. Prunk haben wir in Kashiwa, Shiba, Japan. Also wenn ihr Prunk braucht, braucht ihr Freunde aus Japan. Müsst Karten abpinnen aus Japan. So. Ziergarten. Steht da. Auckland, Neuseeland. Event Community Day. Freunde aus Auckland geben euch Ziergarten. Dürre, was man nicht mit Ü schreiben darf, weil es sonst brutal ist und als Beleidigung zählt. Dürre gibt es hier in San Francisco, California, Vereinigte Staaten. Dann haben wir Frost aus Helsinki, Finnland. Dann haben wir Dschungel aus Bogota, Kolumbien. Es gibt natürlich noch mehr, andere Möglichkeiten, aber das sind die, wo meine halt her sind. Aquamarine, da bin ich mal gespannt. Weil Aquamarine und Blumenmeer sind, glaube ich, beides in der österreichischen Region vertreten. Saragossa, Spanien. Okay. Aquamarine zählt auch zu Saragossa. Und ja, viele Leute bei der Liste schicken immer Geschenke aus Saragossa. Aber ich glaube, Aquamarine müsste trotzdem auch in der österreichischen Region noch mit drin sein. Blumenmeer, München, Bayern. Steht auch wieder nichts von Österreich. Weiß ich aber jetzt alles klar, mal zum besseren Verständnis. Immer wenn ich Saragossa abpinne, zählt das nicht bei Continental dazu, sondern eben zu Aquamarine. Und immer wenn ich vom Hannesgeschenke abpinne oder aus Österreich oder so, ist das vielleicht Blumenmeer. Also wusste ich auch nicht, zu was München zählt. Jetzt wissen wir, München, Bayern gehört zu Blumenmeer. Innovation. Haben wir hier New York, Vereinigte Staaten. Also New York ist Innovation. Monsoon haben wir Bangkok. Bangkok, Thailand. Dann haben wir Ozean, der jetzt hier auch auf dem Bild mit ist. Aus Honolulu, Vereinigte Staaten. Also Hawaii, Honolulu, Hawaii, das Ozean her. Schneefeld. Jokmok BD, Schweden. Schneefeld in Schweden. Fluss-Delta haben wir Australien. Brotview, USA, Australien. Sand haben wir Doha, Doha, Katar. Savanne. Sao Paolo, Brasilien. Sonne. Villa Hermosa, Tap, Mexiko. Mechiko. Sonne, Mechiko, Flocke, Island. Ägizter, Teuer, Ausdurland, Island. Also Flocke in Island. Und das waren sie. Das waren alle 18 verschiedenen Muster. Alle 18 verschiedenen Versionen. Ich kann nochmal ganz kurz die Bewertungen durchgehen. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht. Ich kann einfach mal nach WP sortieren. Dann müsstet ihr ja sehen, was das Schlechteste ist, was ich habe und was das Beste ist. Das ist das Schlechteste. Dürre hat auch nur zwei Sterne. Dann müsste es ja jetzt immer mehr werden von der Bewertung her. Bis wir dann auch in die drei Sterne reinkommen. Ab hier, Frost, hat es schon drei Sterne. Hier auch drei Sterne. Und jetzt müsste das immer besser werden. Bis wir am Ende dann eben auch das 100er haben. Aquamarine sieht schon gut aus. Hier Flocke sieht gut aus. Geht noch was. Savanne setzt noch einen drauf. Blumenmeer wäre auch ein 98er. Ein 98er Kontinental. Und dann eben das 100er. Vivillon auf Level 50. Aber ohne Tag leider gerade. Ja. Das ist also ein Wunsch von einem Zuschauer. Beziehungsweise wurde danach gefragt. Grüße also an Mario Heizenröder. Mach ein Video, wo du zeigst, aus welcher Stadt. Die Schmetterlinge, alles her. Kann man auf der Karte nicht so sehen. Gut. Haben wir gemacht. Das war es von meiner Seite aus. Was fehlt euch noch? Braucht ihr noch Hilfe? Wäre auch eine Überlegung mal einen Stream zu machen. Wo man einfach Postkarten verschickt. Aus den verschiedenen Ländern. Aber wieso soll ich das machen? Das könnt ihr auch untereinander machen. Die meisten von euch sind eh unterwegs. Also, peace out Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.